So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge und die letzte Folge ist wirklich ein bisschen kurz geworden. Aber, das konnten wir ja nicht erahnen. Wir müssen noch ein paar Diamanten sammeln, beziehungsweise müssten wir... Naja, wir müssten eigentlich auch erstmal Holz sammeln, ne? Weil, mir wäre eine Kiste schon mal echt lieb, wenn die Diamanten hier oben mal liegen bleiben könnten. Schauen wir doch mal. Wir wollen ein bisschen Holz finden. Pööö, ein bisschen Holz finden da oben ist ein ganzer Wald, aber... Na, da ist ein Zombie. Du verbrennst, mein Freund. So, müssen wir uns dann natürlich hier wieder runtergraben. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob ich hier wirklich eine richtige Treppe runter machen soll, weil... Eigentlich lohnt es sich ja nicht. Und ich habe das Ding unten gelassen. Jetzt können wir wieder... Ach, toll. Jetzt können wir per Hand ab ernten. Ach ja, günstige Streckung. Ist schon schön. Ist schon schön. Aber nie ganz ehrlich. Bauen wir hier oben auch noch eine Werkbank hin. Und machen hier gerade mal das, das, das. Wenn ich jetzt eine Steinhacke... Hätte ich jetzt halt unten liegen lassen, war mir nicht so wichtig. So, das Holz müssen wir mitnehmen. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Wir müssen halt nur so ein bisschen Holz wegen Sticks und so weiter mitnehmen. Den Satel müsste ich auch finden. Also es wäre cool, wenn wir da einen Dungeon finden. Vielleicht stößt der uns hier auf dem Weg hinzu, hindurch. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier runter. Dann bauen wir das hier ab. So ein bisschen... Äh, weg. So kann man Headset richten. So. Schon besser. Und dann kramen wir uns hier wieder runter. Machen da unten jetzt gerade mal eine Kiste, wo wir die Diamanten zumindest schon mal reintun. Damit die schon mal safe sind, weil... Ich finde die jetzt weg wären, ganz ehrlich. Ich würde so weinen. So. Acht. Und Kiste. Und dann machen wir hier gerade mal... Das rein. Ne, das rein. Das können wir mitnehmen. Das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Das, 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 das. Holz müssen wir mitnehmen. Das, 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 das. Das hier kommt, das kommt, das weg. Sodass wir nur das Wesentliche dabei haben. Das Dix können wir noch mitnehmen. Äh, das können wir hier rein tun. Zack, hier muss noch eine Kode dazu. Und dann können wir wieder runter. Und dann haben wir die Diamanten schon mal safe. Ein bisschen Platz im Inventar. Irgendwie ruke jetzt gerade so ein bisschen. Und hier muss ich jetzt gerade mal das noch ein bisschen ausbauen. Richtig ja nichts. Optimus Prime. Aha. Läuft gerade so ein bisschen im Hintergrund. Wie ist das? Okay. Warte mal. Hier. So. Würde funktionieren. Dann gehen wir jetzt ganz hinter. Ganz hinter wieder. Ein bisschen springen. Geht's schneller. Und hier waren wir am Graben. Jetzt hab ich natürlich die Fuckin zu Hause gelassen, ne? Naja. Zu Hause sag ich schon. In unserer Notunterkunft. Ich hoffe wirklich, dass wir hier noch ein paar Diamanten finden. Das wär schon schön. Durch die Lagerung. Nö. 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 Okay. So. Dann gucken wir mal. Also wir müssen diese Folge sowieso was erreichen. Und wenn... Jetzt hab ich mir da in den Countdown gestellt. Jetzt müssen wir dann mal gucken, dass wir vor 15 Minuten dann wenigstens noch die Pferde züchten oder sowas. Keine Ahnung. Mal gucken. Da will ich ja auch ein bisschen vorankommen, ne? Ich muss... Ich schwör doch nicht. Ich muss Fuckin machen, weil... Es ist ja dunkel wie die Nacht hier. So. Huch. Machen wir hier ein paar Fuckin hin. Da Fuckin war nicht lange. Oh Gott. Der ist so alt. Der ist so alt. Oh Gott. Oh Gott. So. Hier ist Kohle. Aber keine Diamanten. Warum denn nicht? Können wir nicht die Kohle mit Diamanten ersetzen? Nein. Warum nicht? Ach schade. Die sind bestimmt jetzt überall links und rechts überall Diamanten. Und wir graben einfach durch die Mitte durch. So wird's passieren. So wird es passieren. Hör ich Lava? Das ist nicht. Ich hab übrigens die Musik auf eine andere Festplatte verschoben. Und, äh... Sollte die jetzt nicht mehr so abkacken. Hoffen wir mal. Ey, es ist warm hier drin auch, ne? Wir haben fast Anfang Dezember und die schwitzen mir hier zu Tode. Ist ja wie im Sommer. Habt ihr diesen Sommer miterlebt? Ach ja, ihr wart ja schon da, ne? Der Sommer war heftig. Da saß ich hier teilweise wirklich bei 40 Grad. Hab aufgenommen. Natürlich nackt, wie immer. Aber da hat's ja auch einen Sinn gehabt. Ey, ganz ehrlich. Wäre eigentlich mal das 100-Abonnenten-Special jetzt wert, ne? So ein bisschen nackt aufnehmen. Haha, oh Gott. Ich glaube, das ist... Das könnte auch jetzt schon draußen sein. Also, ich bin mir noch nicht sicher, was ich zum 100-Abonnenten-Special mache. Ich bin mir echt noch nicht sicher. Das ist jetzt die Sonntagsfolge, dürfte wie sein. Und, äh, ich glaube nicht, dass da die 100-Abonnenten-Special schon mal draußen ist. Ich geh hier mal noch ein Stück hoch. Ähm, weil ich irgendwie finde, dass ich hier nichts finde. So, warte mal. Wie viel sind wir denn jetzt? Feed-Position 12. Ja, das könnte noch gehen. Ich mich hier auch so in den Tag hinein. Hier ist es eigentlich schon übelst dunkel, aber naja. Oh Gott, wir finden echt keine Diamanten mehr. Kann das sein? Wir hätten uns vielleicht auch in unserem Haus runtergraben sollen. Und das wäre vielleicht eine Maßnahme gewesen. Das machen wir auch. Müssen wir auf. Wir nehmen jetzt alles, was wichtig ist. Und verschwinden hier einfach wieder. Ne, Kohle lasse ich auch hier. Redstone kann ich noch mitnehmen. Warum auch immer. So, und dann gehen wir nämlich wieder zurück. Renn mal ein bisschen. Minecraft-Figur, bitte. Danke. Tu mal was für deine Figur. So. Wenn wir Glück haben. Kommt hier nach dem Zeug noch ein bisschen was. Dann kommt hier danach irgendwie eine Hüte oder sowas. Ist ja manchmal so, ne? Aber sieht nicht so aus. Ne, sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Aber ein Lavasee. Lavasee ist immer so, ja, hier könnte was sein. Na, buddeln wir uns mal so ein bisschen lang. Ach, ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Was können wir uns denn aus zwei Diamanten basteln? Ein Schwert. Ist es, ist es eine Aufgabe, es ist ein Schwert zu craften aus Diamanten? Jetzt sehen wir hier einen Hund oder eine Katze, das können wir auch noch machen. Bau einen Höllenportal können wir noch machen. Für den Netawarsen können wir noch machen. Wir sollten eigentlich eine Diamantspitze machen. Dann sammeln wir jeweils eine Enderperle, eine Lohnrute, blablabla, das ist alles für die Hölle. Crafte eine Enderkiste. Find einen Dungeon. Crafte eine goldene Karotte. Das hab ich schon, das haben wir schon gemacht. Das zählt auch noch, siehst du. Da tauschen mindestens einen Emerald mit einem Millager. Das können wir dann mit dem Weizen machen. Find einen Dschungeltempel. Oder eine Pyramide in der Wüste. Haben wir eine Pyramide gefunden? Ne, ne. Bau einen Schneegolem. Bau einen Eisengolem. Platziere ein Leuchtfeuer. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Ich mach mir hier immer zu viel Hoffnung, einfach nur. Naja gut, wir gehen jetzt. Wir haben noch acht Minuten. Ne, Quatsch, acht Minuten. Achso, wir haben jetzt acht Minuten. Wenn man es jetzt ein bisschen beeint, schafft, ist es noch nach Hause. Da fühle ich mich auch ein bisschen sicherer. Gucken wir mal. Hopp, 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 so. So, dann springen wir hier mal nach oben. Ich würde sagen, es ist auch voll im Arsch. Oh, und Nacht ist auch noch, ne? Ach, es kommt alles auf einmal. Äh, Bett können wir uns hier unten nicht bauen. Ne, kannst abhacken. Ja gut. Ich wollte ja einen Cut machen, aber darf ich ja nicht. Okay, der Eimer muss mit. Das muss mit, das muss mit, das muss mit. Das, das. Das, ja, das, 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 das. Das muss mit. Das kann mit. Pfeile, ja, von mir aus. Angel muss mit. Aber eigentlich gar nicht so viel, ne? Das war eigentlich alles nur Crap. Dandelion, ja, komm, ist recht. Okay, jetzt stecken wir uns mal noch wieder nach oben. Und lassen wir das hier unten. Ich hab die Diamanten, ne? Ja, hab ich. Oh, da ist ja schon ein Zombie, siehst du? Jetzt wird zwar nämlich alles überrannt. Jetzt ist es vorbei. Zwei Eisenspitzen-Takten hab ich. Und wir haben noch ein bisschen. Oh, da unten ist ein Schleim. Den bräuchte ich mir natürlich für die Magma-Cream im Nachhinein. Ich nehm jetzt lieber mit. Weil, ich weiß, dass ich nachher keinen finde. Und dann ist das Gejammer groß. Wenn ich jetzt nämlich ein paar Schleimkugeln habe, dann kann ich mir nachher die Magma-Cream machen. Denn das ist auch eine Aufgabe, soweit ich das in Erinnerung habe, meine Damen und Herren. So, warte mal. Warte mal, ist wieder. Ich hab mal wieder Warte mal gesagt. Pass auf. Ach, euch kann ich ja hier ganz einfach so von oben. Ich bin heute so von oben herab. So. Tot, tot. Schleim. Schleim, Schleim. Ah, die sind so niedlich. So, jetzt hab ich einen Schleim. Einen Schleim, okay. Ah, also reichen. Dann stacken wir uns jetzt trotzdem nach oben. Level 9 haben wir nämlich auch schon. Ähm, wer sich, wer sich, äh, auskennt, weiß ja, dass Level 30 Verzauberung auch ein, ähm, eine Herausforderung ist. Deswegen müssten wir eigentlich auch theoretisch mal ein Zucker, Zuckerrohrfeld machen. Fällt mir grad zu auf. Zuckerrohrfeld wäre mal, äh, gar nicht so unschlau. So. Weg hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich werd, ich werd einfach nur noch weg hier. Boah, bei den Monstern, ne? Da kriegst du so ne Macke hier, Alter. Da kriegst du so voll die Zustände, ey. Ich muss so ein bisschen laufen. Laufen. So, die sehen mich nicht mehr. Alles klar. Oh. Hier ist ja auch noch ne Höhle. Ein Höhle. Ein Höhleneingang. Ein Höhleneingang. Ne, nicht so ganz. Das ist irgendwie nur so eine kleine Höhle. Aber gut. Auch die kleinen Höhlen sind Höhlen, ne? So, haben wir eben ausgeleuchtet. Kann ja nicht schaden. Jetzt bin ich hier natürlich gefangen. Oh nein, ich bin gefangen. Ich komme hier wieder raus. Doch, komm ich. Hier muss ich zurück, glaube ich. Zwei Pferde können... Oha. Penis, Alter. Ich bin hier richtig. Das ist eine Witch. Eine Witch, Alter. Ganz ehrlich. Ohne Witz. Oh. Zobis. Hallo, meine Damen und Herren. Oh, sorry. Du warst nicht mein Pferd. Gib mir mal den Arsch vorbei. So. Ist das unser Wald hier? Schaut halt so aus, ne? Oh doch, das warst du mein Pferd? Hallo? Komm her. Können wir denn zwei Pferde paaren? Ähm... Hallo? Hier wollt ihr mich verarschen? Hallo? Ach, die müssen bestimmt erst getamed werden, ne? Oh je, ihr seid das solche Bastarde, Alter. Okay, warte mal. Bist du schon getamed? Nein, wahrscheinlich nicht. Fresse. Spinne. Achso. Ja. Welches Pferd war denn schon getamed, Alter? Ich komme hier voll durcheinander. Manu. Unten sind auch noch Pferde. Warte mal, hier... Hier schaut's gut aus. Ich glaube, hier waren wir schon. War das unser Pferd? Ja, das war unser Pferd. Okay. Pass mal auf. Pass mal auf! Hier ist ein Hound. Wow! What the fuck? Scheiß Creeper, Alter. Ich hasse Creeper. Ohne Witz. Dabei wollen sie doch einfach nur noch um Armung. Pass mal auf. Ah, okay. Dich kann man tamen. Alles klar. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen vorschnell gehandelt. Aber ist egal. Warte mal. Ne, da muss ich hier noch. So ein... Zack. Oh, jetzt habe ich noch... Reicht denn eine goldene Grotte? Hallo? Mit was passt du dich denn mal? Komm mal her hier. Hey, du da. Du siehst willig aus. Ja, du laufst schon mal in die richtige Richtung. Hey. Sei nicht so scheiße zu mir. Lieb mich. Lieb mich. Lieb mich. Los. Lieb mich. Liebe mich. Liebe mich. Oh, es liebt mich. Okay. Pass auf. Ich möchte bitte absteigen. Danke. Jetzt bekommst du noch eine goldene Karotte. Wo ist das andere? Hallo? Jetzt bist du hier runtergesprungen oder wie? Oh, so ein Gaul, Alter. Ohne Witz. Warte mal. Ich mache gerade mal alle. So. Können wir denn... Äh... Ach, das ist doch schon wieder vergangen hier. Mann, no, Mann, no, Mann, no, Mann. Ihr macht es mir aber nicht leicht, Kinder. Ich will doch nur Liebe stiften. Wir sind doch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Doch, Mendo. Ich würde sagen, in der nächsten Folge... Bleib halt stehen. Lieb mich. Warte, das machen wir jetzt schon... Können wir das noch schnell zur Liebe zwingen? Ich zwing dich zur Liebe. Ich zwing dich zur Liebe. Okay, das liebt mich. Mitkommen. Liebe, das fährt da. Ach, so eine verfickte Scheiße. Hier, komm. Das da oben. Das liebt dich. Los. Komm schon. Das gibt es doch gar... Ja. Okay, wir haben Pferde gepaart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao. Ciao.